Reiser, komm doch endlich! Ja, nein, ich bin noch nicht so weit. Ich muss mir Mut antreten. Das ist eine große Mission, die wir vor uns haben. Sorry, wir müssen warten, der Reiser kann doch nicht. Geht der Cowboy jetzt auch trinken? Ja, aber der gönnt sich Wein. Der Reiser wollte sich in der Folge übrigens zum Anfang nochmal verabschieden, für die letzte Folge. Der wer? Was? Der Katsu. Das war so super, vorhin, wo ich die Folge ausgemacht hab. Und herzlich willkommen zurück hier bei GTA Online. Wo ich die Folge ausgemacht hab, hab ich gesagt, ja, jetzt machen wir gleich die nächste Mission. Und er sagt, ja, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Alles aus, alle wissen's, nur er wieder nicht. Ich hab da echt nicht aufgepasst. Ich hab's gemerkt. Das wissen wir mittlerweile, Katsu ist ein Nichtaufpasser. Ja, mein Gott. Ja, schäm dich was, hey. Nee, er muss dich nicht schämen. So ist er nun mal. Wär schlimm, wenn er anders wäre. Wär schlimm, wenn er normal wäre. Wär schlimm, wenn er normal wäre. Wär schlimm, wenn er normal wäre. Das ist aber nicht die Kiste vom Schiff. Das ist nicht die Kiste vom Schiff. Nimm, nimm, nimm. Wurzse? O, Pitzataradarinder, komm ab. Handdocken. O, sie ist rallig. Die ist Rallye, Katsu. Oh, Reiser. Alter. Oh, bist du klar? Bin ich einmal lüchtern? Ich bin einmal lüchtern. Jetzt siehst du, wie es aussieht. Es sieht aus wie ein Zombie, der hier durch die Wohnung läuft. Komm, bei Fuß. Da gehts lang, Reiser. Hier zu mir. Hier lang. Ja, genau. Da rein. Komm drin, komm drin. Die Tür ist zu. Hallo. Die Tür geht nach innen auf. So, haben wir es geschafft? Ist das echt unser vierter Mann? Ich lese mal. Jetzt pass auf, wie schnell ich das an die Tafel schreibe, was wir hier machen. Ey, pass auf, der Finger gleich gegen die Wand. So, bin wir ja nüchtern, ganz klar. Uh. Oh. Nice gemacht. So, ich bin fertig. So, schwer. Alle ready? Go. Go. Na? 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 Versteh ich nicht. Macht nix. Okay. Boah. Boah, er hat immer dieses Sturm geklingelt. Alter! Ich klopfe. Wollte auch sagen, ich hab gekloppt. Und bei mir macht's die, 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 die. Ja, siehst du mal schon, wie schnell meine Finger sind. Ey! Was soll denn das? Was? No one is gonna want to admit that anything happened here. Jo, wir brillen Typen. Wir sind einfach richtig cool, ey. Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Töttings. 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 Wie ein Saraphaar sagt uns Mr. No-Name, was wir machen wollen. Wir nennen ihn einfach Larry. Wie auch schon beim Gefängnisauswurf, ne? Also Leute, ich mag deine neue Outfit voll. Das sieht voll geil aus irgendwie. Was hat das? Oh, da wird's ja ganz scharf. Oh, ja. Du weißt ja, Rollenspiel, Rollenspiel. Uh. Ich mach bodentrop. Me too. Kann doch nicht fliegen. Dann lass wohl fliegen. Okay. Dann schießt du einfach. Okay. Okay. So ein Ja sagen. Okay. Ich dich nicht. Verpiss dich. Oh, so. Die Kohle ist nicht. Ich geh erstmal aufschirpen. So. Machen wir hier ein bisschen weniger. Ist ja nicht so, als hätte ich grad viel Geld ausgegeben zum Klamottenkuchen. Ja, es sind harte Zeiten, Zarco. Du musst jetzt auch mal ein bisschen sparen, ne? Echt mal. Wollt ihr mich eigentlich verarschen, Leute? Ich mag den Sound, wenn du Enter drückst und die ganze Zeit... ... ... ... ... ... ... ... ... Dann schwimmst du aber wieder so langsam. Ja, ist egal. Du solltest auch wieder nur Platin Hunter spielen. Ja, natürlich. Du bist ja dabei. Ja, ich lauf dir nur in der Tür, ich mach keine Kills. Wie immer halt, auch wenn du dich anstrengst. So, dann bitte einmal anfordern hier. Oh, mal wieder keine Fahrzeuge, ja? Alles deine Schuld. Warum? Weil ich größer bin wie du. Na, dann. Leck da einmal eine Luft und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Daneben, daneben. Soll es sein, ja, passt doch. Also ich darf fahren und fliegen, ja? Ja, genau. Ich darf mitfahren und schief. Aufgabenverteilung. Neu, wow. Awesome. Darf ich Geld? Ach, ne. Wow. Ist mal das? Oh, fuck. Ich hab' ich die Ausfahrt verpasst wegen Rizer. Was war das denn? Immer mit dem Stuhl. Ich hab's voll weggespügt. Ja, voll rüber über die Karre. Ja, äh, ich nicht. Du nicht? Du voll rein in die Karre, ja? Ne, aufs Dach und dann so ein einfacher Flickflack. Awesome. Machst du mal's, Räter? Ähm, 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 nacht, nacht, nimmst du nicht mal mal ein Party feiern, oder? Ja, mit Lulu. In jedem Fall, hey, wir brauchen ein Party. Danach muss, nee. Danach werden die ganzen ersparen, die ganze Kuhle wird rausgehauen. Für eine Partyabend. Bei der Partyabend ist echt kein, äh, Zuckerschlecht. Echt nicht. Also ihr müsst hieb in die Tasche greifen, Leute, oder? Mhm. Ich würd' sagen, ist meine gute Arbeitskollegin, die VULU von Vanilla Unicorn, immer, oh, Mann. Immer dabei. Da sind wir dabei, dass... Ja, das war's. Ja, das war's. Ah, der Open war das die eine Aktion, was wir da hatten, oder? Mit dem Bus. War das hier? Irgendwo. Ja, das war irgendwo da oben, ja. Ist aber wittig. Scheiße, das ist nur ein Zweisitzer. War die Vorfreude, war Zucko richtig groß, ey. Wir machen jetzt richtig mal ne geile Hippie-School. Ja, und dann ist das nur so ein blöder Zweisitzer, ey. Ich könnt kotzen. Weil er halt nichts kann, der Herr. Ich kann nix. Hallo? Dass ich mal gucken, ob der zwei oder vier Sitz ist. Wahrscheinlich ist es ein Sechssitzer und ihr kriegt die Tür nicht auf, weil so ein bisschen klemmt. Ja, das glaub ich auch. Ihr schwachen Maarten. Warst du eigentlich lang? Weiß ich nicht. Also, du fährst genauso gut wie ich, Auto. Ja. Das ist, das ist so ne, so ne, so ne, so ne Allergie, glaub ich. Das ist ansteckend. Ja. Au, au, au. Hast du schon ein Leben verloren, Katsu? Nö. Ach, schon. Ne, noch nicht. Gott sei Dank. Was? Bei dem Motorhaube schaut auch nicht mehr ganz schnell. Der ist ordentlich schnell der Wagen, ey. Der ist echt. Oh, ey. C20. Der ist echt flott. Und sowas ist mit der Ruhe nehmen. Ich will ja erstmal tunen. Erstmal tunen. Ich brauche erstmal Kohle dafür. Ja, für den braucht man ja nicht so viel. Aber du willst ja immer so viel rausballern mit Farben. Ja, ich... Probier's ja immer rum. Ja, aber dadurch entstehen diese geilen Autos. Na, dieser sehr geile, geile ähm... Familien-Effektor, ne? Ich weiß nicht, also das, was das spezielle etwas ausmacht. Das, was das ausmacht, dass der Ryzer immer da steht und sagt, wie hast denn das gemacht? Ich hab nicht ein einziges Mal gefragt, welche Farbkombi das ist. Und das war beim Centaur nur. Bei keinem anderem Autos hab ich es nachgefragt. Den fahr ich gerade. Ich hab aber, glaub ich, nur bei denen der Kombination drin. Ich glaub, die anderen sind einfach nur direkt, also pure Einfarben. Also pure Einfarben. Nein, ich bin am Dach gefallen. Ich hab mich geschaffen. Okay, hier. Ah, du auch nicht. Soop! Ich will da oben bleiben, oder was? Wir haben nur zwei Kilometer vorn. Schön. Wir kommen euch entgegen. Oh, das war schon mal nett von anderen. Abgesehen davon, dass Wolf fliegen muss. Ja, wir können gar nicht, ich kann gar nicht fliegen. Ach, wirklich? Wie geil. Was, ihr könnt nicht fliegen? Nein? Ja, der Pilot ist ja noch zwei Kilometer weg. Ja. Ich genieße die Fahrt. Also, ich auch. Entspannend. Man sieht, wie der Wind so durch sein Haar weht, weil keine Fenster mehr drin sind. Schutzglas ist nicht mehr vorhanden. Macht nichts. Braucht man nicht. Weißer. Die Lichter an deinem Auto sind kaputt. Ja, das geht. Ein und drei. Warte, was? Wie ist dein Auto nach hinten schießt? Ich sehe es nicht. Heavy, 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 heavy. Rechts runter, rechts runter, rechts runter. Da kommen sie. Ja. Das ist auch gepackt. Ich steig hier aus. Das hat ausgesehen. So. So. Haut auf den Dach gepackt. Wie hört sich das? Epp. Moin. Hallo. Ja, ich steig halt ein. So, äh, der Pilot ist auch mal da, wa? Ja, ohne gehen geht halt nix, ne? Ja. Seid ihr alle drin? Ja. Ja. Su, Senor. Ja, also. Dann schauen wir mal, was da hier los ist. Gebt Leuten einfach nur keine Waffen in die Hand. Echt mal. Die armen Fischer haben euch doch nichts getan. Hörn. Ist das auch schon geil gemacht. Oder Jagd die Nessin. Richtig nett. Mit euch mal durch die Gegend zu fliegen und nachts zu ballern. Also so Leuchtspurmonik, ne? Ja. Wollen wir auch nach Sektor B achten wir noch spielen? Obwohl, das könnte ja Sektor B sein, hier der, der Staatsgefängtenfass. Ja, könnte sein. Ist auch ummauern, ne? Ja. Du musst nach da oben. Das ist so weit unten, da kann ich mich mal hinschießen. Warum? Geh nicht. Dass die das da unten nicht raffen, ne? Ich hab das gerade eben, wo der Heli stand, erst mitgelegt, dass man die Gatlinge auch drehen lassen kann, wenn man einfach nur die rechte Maustaste gedrückt hält. Boi. Hey, wusste ich was sagen. Wow. Ja, guck dir mal den schönen Mond an. Just wow. Mein Handy sagt, es ist 21 Uhr. Echt? Ja. Meins kann nix sagen. Meins auch nicht. Okay, Google. Bling. Hui. Den geht nur mal der Fallschub auf. 90 B. Ja, Toste. Den geht nur mal der Fallschub auf. Und Licht aus. Wuhu. So, dann bedienen wir die Waffe, mein Co-Pilot. Ja, wo soll ich denn hinschießen? Äh. Ich spreng das Tor auf. Okay, all meine Deckung. Okay, bist du bereit? Yes, I am. Okay, los. Very sneaky, my friend. No one can hear us. Schneller. Wow, meine ganze Muni ist weg. Ich hasse diesen Bug. Siehst du was? Ja, weiter nach links. Weiter links. Link, 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 link. Okay. Ich weiß noch, wo der Typ unsichtbar war, ey. Echt? Ja, ich hatte mal eine Mission, da war der Typ unsichtbar. Ich konnte ihn nicht treffen und ich war tot. Ja, das war, das ist doof. Ja, kein Wunder, dass ich keine Kills kriege, wenn die ganze Zeit vor mir läuft, dass ich die schießen kann. Hä? Aber schießen, ich mach's doch auch. Ich dackele dir jetzt einfach hinterher, ich hab Schnauz voll. Hier immer halt. Und dann kann ich den, dann kann ich mir wieder sagen, ja, ich muss immer alles alleine machen. Mann, 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 Mann. Hedis, kommend. Dein Ernst. Fraser, mach mal was. Ach, da geht's gar nicht. Du leuchst sogar fein im Auto. Ich lauf irgendwie immer da hoch, ich weiß auch nicht. Steh, wo? Steh noch nicht. Links, links und uns. Bisschen höher, 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 höher. Weg, weg, down. Ist abgerissen. Hinter uns sind noch Kuh-Zoldaten. Den hab ich, ist der andere. Da, da ist er. Habe ich auch, okay, alles hier. Aktuell. Ähm, Drakor. Ach, ja, lol. Ich bin, ich bin, ich bin, ja, also ich hab das schon lange nicht. nicht mehr gehabt, die Mission. Also, weißt du. Komplett plan also eigentlich, jung. Okay, eins, zwei, drei. Oh, Mann, ey. Relativ wenig los hier draußen, gell? Oh, das kommt noch. Schnell, 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 Rizer. Verpiss mich, Stuhl. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin, nehm, nehm, nehm. Geben. Ja, ich bin, ne, kack genug. Oh, Mann. Dings in uns, gell? Der Muskel höher. Auf die Szene. Ah, ich hab ihn. Jawoll. Oh. Oh! Schöner Treffer Rauch ein bisschen rein Alles gut, alles gut Achtung Helis Leute, wir sind im Wasser Höher We are on the way Das ist krass wie du abziehst mit der leichten Panzerung Das ist echt krass Da oben kracht es By the way Katsu und Wolf die müssen mit der Hydra Oben die Helis Valkyrie Ja genau, mit der Valkyrie Die Helis alle runterholen, die nachzukommen Oh Helis erstmal oder was willst du? Na die Helis Wir müssen es dann später rausholen hier Mal gucken, das überlege ich mir noch Ne, lass Boden Racer, den Stick hast du abgezogen hier Ja Oder müssen wir nochmal zurück Ja ja Scheiße, dreh nochmal um Oh mein Gott Oh mein Gott Du Idiot Vor lauter Aufregung den Stick stecken wirst Der Helis ist langsam näher Der Stuhl hat mich zu doll abgelenkt Ja Das ist aber auch ein gemeines Ding Ja Ganz schlimm Okay Oh der Heli kommt näher Machen wir erstmal den Heli Ja super So eine gute Aktion Alles passt und dann vergisst der Rattling's Ding Ja dann dreh doch mal um Du bist eh noch am Anfang Ulam-Arsch Ja stimmt Ich weiß nicht, wenn ich diese Leuchtfaktor auf meinem Rücken umdreh, dass die nach hinten leuchtet Bin ich dann schneller? Genau Die Flare macht den Unterschied Ja die macht den Unterschied Die bremst mich aus Hier sind wir Guck guck Hinter uns Hinter uns Oh yeah meine Leuchtdinger sind Gold Einen Hab beide Irgendwo links von uns muss Ja ich such die grad, die find sie nicht Puh, raus hier Keine Ahnung wo die sind Hier Soldaten Ich seh sie nicht Da ist einer Ja hab ihn Der eine müsste auch noch irgendwo sein Oh dieser E-Fragi Wo ist? Oh ich bin leer Ja ich hab auch noch welche Leute Ja wir müssen noch einen Soldaten ausschalten Oh nein wie tragisch Handy nicht Hast du hier irgendwo verstanden? Kriegen wir nochmal zurück Gib mir ein Handy Geh mir ein Handy Geht nicht Zeig's mir Er wollte sich verkrochen Ja da unten Schieß ein Stück drüber Ich spring rein Da irgendwo Warte ich schmeiß ich schieß nach oben Dann kannst du Dann wollt ihr den nicht einfach ignorieren? Ich seh den nicht Wo kommt die Runde? Direkt hier Nicht zu kommen Hier bei mir Kommt direkt auf mich Hast du? Ja jetzt hab ich ihn Gut Und ab dafür Leuchtsignal des Bodentrupps Ok wir können losfliegen Da ist Leuchtsignal Da 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 What the fuck? Wie das aussieht wenn man so das Wasser guckt Alter 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 Hardcore Schieß mal ein bisschen weiter weg von der Küste Alter das sieht aus Das ist geil Wenn du da vorstehst Das ist echt Ja Wuchtig Weil was da für Wellen Wasserspitzen raushaut Lalalala Wellenspitzen Ja Ich würd's interessieren Wenn ich jetzt mit der Waffe auf euch schieß Was dann passiert? Es sollte nichts passieren Oh Stark Wow Rotorblatt Oh mein Gott Ich hab's nicht gesehen Wie hast du das überlebt ey? War ich dringestanden oder was? Das ist bei mir voll drin Ok Ne bei mir eben nicht Das ganze Blut geht schon geschloss Oho Meine Beine sind ab man Hälter Schwede Gefälder ich mir Wolf Das ist echt gefährlich Ja So macht mal die Helis da und du ms Ja du uns schon im Visier du Glück und ausgetrickst Drei Geschütze Drei Geschütze Auf einen so ein Little Bird Weißt du Drei Geschütze ey Drei Geschütze ey Wo ist der andere? Wer will nochmal? Wer hofft noch nicht Der Rechte kommt zuerst Das war ja klar Das ist der Rechte zuerst Diese Reichweite ist der Wahnsinn Ab ihn Ich komm nicht runter Rolf du bist hoch Ich geh doch schon runter Zu high Zu high Zu high Der hat's bumm gemacht Jungen Feuerball Jungen Jo We did it Friends we did it Liebes Geheule Liebes Geheule Liebes Geheule Nö Ich werd immer wieder zurück zurück Gehen Komm Katsu Mal ein smiley Mal das Pro-Face Weißer Häufig sieht das aus Es sieht geil aus Schade dass wir es nicht sehen können Das ist quasi die Siegeshymne unserer Gatling-Gans Es sieht so geil aus mit den Mit den äh Die Kanonen da weißt du Wenn du da unten stehst und das siehst ey Ja und nicht getroffen Und nicht getroffen Und stehst und nicht getroffen wirst Dann ist es gut Ja Ich wollte gerade eben schon auf das Auto feuern Und dann hab ich mir gedacht Oh das lass mich mal lieber gut sein Oh Den Marker knapp verfehlt Oh Das ist ihm gefallen Ja Sag nicht Du musst da rein Du musst da rein Oh Gott Ach da Guck ich hab ihn ausgeschossen Yay Jobs done Jungs we did it Finally Einiger Lied Jetzt wo Usher tot ist hat sie Eminem Jetzt wo Usher tot ist hat sie Eminem Ja Ich nehm die Handgiene nachher In die Handko schaut aus Wir werden alle sterben Ja hat bestimmt noch kein Ohohohohohohohoho PENG GTFV hat bestimmt noch keiner durchgespielt Deswegen ist das jetzt ein über krasser Spoiler Jungs Ich bin aber einer von denen der es noch nicht durchgespielt hat Wieso zum Teufel habe ich jetzt Radio Musik gehört Du hast Silber Gute Frage. Ja lass ich auch. Mission bestanden. Rise Hard Silver. So jetzt gibts das mal ne Party. Boi, Fahrzeugschaden. 2% oder weniger. Hat er gut gemacht da oben. Ja. Die Zeit war wahrscheinlich wieder zu langsam. Wir sind immer zu langsam. 这个 Zeit hier wieder. Sarko die schwere Weste da. Echt mal, wenn du mir nicht hilfst ich muss die Dame alles alleine tragen. Zues ein bisschen verarschen. Na komm mimi mimi. Sei ruhig. Mimi mimi mimi. Oh yeah Party Guy hacemos mal. Yeah. Jaiesoische So wo ist Lulu? Wo arbeitet die Häustel? Weiß ich gerade garnicht. Muss ich mal gucken ob Lulu da ist. Ja, 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 die Musik! Das ist nicht Lulu! Lulu ist da! Doch, Lulu ist da! Die steht da hinten links, Leute! Wo, wo? Hier! Lulu! Lulu, da ist Lulu! Hier ist Jutta! Hier ist Jutta! Das ist Lulu! Wo ist Lulu? Wo ist Lulu? Hey! Was ist Lulu? Ja, die mit den Tattoo-Docian! Da ist Lulu! Hier ist Lulu! Oh, ich bin weg! Was? Ich geh in Separe! Ciao, Leute! Ciao! Ich komm mit! Ich bin auch ne Frau! Ich dachte doch mal mit rein, oder? Du darfst da nicht rein und was raus! Gedingst! Gedingst! Ich weiß! Wumm! Wumm! Tja, Leute! Verziehen wir uns! Wir wissen ja, was wir jetzt zu tun haben, ne? Leute, ich würd sagen, wir verziehen uns nach Hause, wenn Katsu in Separe geht! Ich geh in Separe! Mit Lulu! Mit Lulu! Oh, deine Sakschen gefallen mir, Lulu! Ja, was denn heißt, ne? Haben wir jetzt gleich rausgeschmissen? Wolf, komm, wir gehen zusammen rein! Ich wollte doch mit Wolf da rein! Ich arbeite doch hier! Was ist das? Was? Du arbeitest hier! Seit der ersten Folge arbeite ich hier! So! Sympathieanzeige! Was ist jetzt, wenn ich nach Hause gehe und die Lulu anrufe? Ron ist gar nicht mehr hier! Wo ist er das auch verschollen? Das hast du hier auch monatelang in der Ecke! Ron? Stimmt! Ron war auch da! Ah! Die Tante war nicht so prickelnd! Ich bin mal wieder raus! Ne! Man sieht's, das sieht man da an, dass die nicht so prickelnd ist! Irgendwo sind doch auch hier die Shemales, oder? Eine gibt's hier! Die hat eine männliche Stimme! Hei, heim Renate! Heim Renate! Da ist der Einkaufswagen! Der klettert halt über! ich stehe mal rein, wir gehen ins party machen, party Leute, party, party, chillreiser, ja ich mach hier party, macht die bessere party als wir glaube ich, aber es würde mich jetzt interessieren, wenn Ludo bei ihm ist und jetzt Ludo nach Hause bestellt ja, weißt du, das ist ja alles gerade, ein Kilometer, ist Ludo noch bei dir? Mal gucken, ob sie sich die zwei teilen kann die ruft doch gleich bestimmt noch jemanden dazu, ja, ihre Zwillingsschwester, Lala, ja, Lala, genau oder Lele, Lele, oh, ne, die ist ausgewandert, mit Mimi, ne, die ist tot, nicht Mimi, nein, was ist mit Momo, was ist mit Mumu, Momo ist der große Bruder, die steht auf dem Feld und frisst Gras, die müssen ja zum Sako in die Bude, ja, ich muss erstmal nach Hause, oben hin die Werkstätten, die Garage ist zu groß ist mir zu viel oh, hier klingelt's schon wieder, hey ja, sicher wir sind doch hier, um ne Party zu feiern schon dicht, oder was? oh, wer ist denn da, wer klingelt denn da, der Katsumoto ey, ich hab vor ihn geklärt yo, hi ja, servas, dein Los Santos Cap sonst keine schöne Caps hier hey, Wolf was geht hey, Wolf, Alter, ich bin dir auch schon da ey, Katsu, Alter, so geil ey, wir können los partien, ich hab die Bom da, ich hab frisch Alkoholik da jetzt bin ich mal dran hier mit Süppeln na, dann hau rein, ja, ich bin hier, nein, danke ok genug voll gewesen mir reicht's Katsu ist jetzt trailer Risa? bist du noch bedient? ja ich bin noch bei Lulu, ja der hat gerade ein richtig breites Rinsen im Gesicht, das sehe ich ihn an so, na, natürlich so, ich möchte jetzt Lulu auch mal kennenlernen du willst Lulu kennenlernen? ja oh, es klingelt an meiner Apartmenttür wer mag das sein und Leute, bitte wieder synchron Hallo ich bin noch da Hello ist sie wieder so voll motiviert? die ist voll motiviert, guck mal wer da ist, Leute ja Lulu 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 ja, ich bin auch bei Lulu oh zwei Lulus das ist Lulu du hast die falsche hey Lulu hi Lulu sie macht ja gar nichts was macht die jetzt? hey, warte, 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 warte kannst dich ja mal in den roten Sessel setzen, Katze oh nein, er ist ich ne, er ist ich oh oh Gott, ich bin voll high hey ach okay alles klar ich verstehe ach okay alles klar verstehe Riser, willst du nicht herkommen? hier ist voll die Party im Gange ich mach hier meine eigene Party du kannst ja noch zwei Mädels mitbringen geht das? das geht das geht leider nicht, glaub ich müsste aber probieren hm, warte mal ich hab doch noch ne Nummer, oder? ja, zacko zacko, du musst dir doch nur ne männliche Person für dich reinsuchen oder anrufen hey, die anderen sind besetzt ich kann ja nochmal Lulu anrufen du musst dir mal an und frag, ob sie vorbeikommen Lulu, hast du mal kurz Zeit? warte mal Lulu ist besetzt macht wohl grad irgendwie, hat wohl grad nen Job ich hör gar gar kein Telefon bei ihr, wo hat's denn das? wir können ja, wir können ja Ron anrufen, vielleicht kommt der vorbei oh Gott nein jetzt wär, wenn ich schlechter, du hier NPCs einladen könntest ok genug für heute ich würd sagen, wir verabschieden uns Katsu, auch du ja, wir verabschieden uns auf Wiedersehen und haut rein, bis zum nächsten Mal bis nächste Woche ciao ! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020